Läuft du was? Magst du was? Hallo? Ich warte mal da! Schon, was ich da? Weißens hätte Emilia vorher nicht schreiben können. Wer hat das heute mal was da? Ah, ja tatsächlich, es hat geladen. Ja ok, oder doch nicht. Da, es hat geladen. Ok, kann mal wieder nicht, äh, nicht damit sprechen. Servus. Ja, eigentlich kein Stornball. Nein, servus. Machen wir es irgendwie einmal auf 2,5. Ich weiß schon, es ist jetzt ein bissel heller. Du willst denn eine Kindsgiver gehabt? Naja, ok. Und wir lautspringen. So fern wir nicht. Wahrscheinlich lautspringen, Job kann ich lautspringen. Neureise ich starten, ja, aber ich spiel gerade erst installiert. Niederritte. Einglänger schon. Sorry, Modus. Die meiste hier bitte. Bild noch schauen. Einglänger. Einglänger. Idioter. immer was zu sagen. Es ist komplett wurscht, ob sie es irgendwie nur ansatzweise eine Frage stellt, darf es oder darf es nicht. Die schicken einfach irgendwas. Ich habe einen Tag 65 Nachrichten nur von Instagram gekriegt. 65. Ich will jetzt nichts sagen. Aber es ist ein bisschen viel. Was ihr habt durchgehend? 0 Zuschauer, aber 4 Kommentare. Okay, ich würde wissen, ob die Wachtung ist. Oh mein Gott. Jetzt sehen wir jetzt erst einmal unseren Skin, auch wenn ich ihn kenne. Musik. Ja, machen wir einmal auf 70. Gut. Bestätigen. Spätigen wir auch einmal auf 70. Gut. Bestätigen Effekte. Machen wir auch auf 75. Machen wir alles 75. Damit ihr nichts zu maulen habt. Dialogen machen wir auf. Ja, dass man heute das Spiel gar nicht mehr hört, oder? Hoppala. Stammbarriere. Stammbarriere. Extras. Ich muss kurz ein paar Einstellungen machen. Bewegungsunschärfe gebracht hat mir. FPS. Chromatisch. Achja, Kameraschütterung. Ja, schon. Helligkeit. Dann haben wir doch noch mal auf 4 runter, weil sonst werden wir da blind. Gameplay, ähm, das hätte der Größe unbedingt auf 15. Okay, gut, was? Das ist wirklich ein Pastor, wie ich sage, weil die kommen. Ja, ich finde ja, es wird Zeit eigentlich schon immer nur mal geblieben, das ist halt. Oh, der ist ja jetzt nicht mehr Spaß. Oh, der ist ja nicht mehr. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, wir haben etwas dazu verdienen, kann nie schauen, ne? Okay. Alles klar, gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Ich bin gleich hinter dir. Ach, doch, ja. Also Sprinten gibt's in diesem Sprint scheinlich nicht. Ich kann nicht alle eure Kommentare lesen. Ach, das dachte du jedes Mal. Warte mal alle. Ich bin gleich, ich bin gleich, weil du der 90erzell bist. Oder die 90er besser gesagt. Ähm, ich brauche mir was zum Abstand vom Handy. Ähm, ja, das passt schon. Ich glaube, du meinst das, oder? Ja, okay. Ich bin gleich, ich werde mal noch mal Pucht im Bett. Ja, okay. Ne, mir ist es einmal so. Es ist nicht schlecht, ja. Hm. Danke, oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich die Zuschauer an mir. Jetzt bin ich sie selber. Sonst wieder alle, oh, 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 oh. Das und das, ähm. Ich habe schon so lange in das Filmen. Das war jetzt so geil, wenn man sie auch auf das Natur schwenken kann. Komm, geh her. Da habe ich neu fliegt, das Ding. Schaut, dass man aber sich nicht umschauen kann. Wie ist jetzt hier gegangen? Wie ist jetzt hier? Bin ich zu besuchen, Mann? Wie ist jetzt hier? Bin ich zu besuchen, Mann? Ja, okay. Heute einmal ist diese Loot küssen. Schaut. Den ersten Loot direkt verdienen. Och du Scheiße, zwei-Fast-Duck-Stitzt. Ach so, Leute. Ja, natürlich, aber er wird uns jetzt geschenkt. Oh, der Vollgang, der kann rutschen. Ich kann ihn über Haar fahren, bitte. Du bist kein zugelassener Müll. Äh, aber kein zugelassener Müll. Das ist ja nicht so, dass Braut man vielleicht einmal zu Tor ist, weil es so übel Kacknoobs gibt. Die Tutorial ist braun. Ich bin gleich wieder weg. 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 warum springt jetzt dabei möchte mich komplett rollen oder sowas fliege nur auch noch mal öfter so weiter ja 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 ich war ja fast bei mir gefallen ok sie muss nicht so drückt halten Ja, wo springst denn du hier? Oh, oi, das... Schwing dein Ding! Mist, meine Wapti. Ah, du links so wie. Hopp-Tisch xing. Ich hab die schon gesehen. Ui, da... So. Ui, Able, nein, wo wir ja auf den Rutschus gehen, oder was? Logik. Ui, da ist's. Hey, wir sollten los. Ja, und ab geht's. Ja, das sind ATS-T's. Äh, ATS-T's. Ich muss aber nicht sagen, dass wir jetzt doch folgen sind, oder? Ja, oder? Du bist nicht da, oder? Ja. 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 Ja, da geht's auf jeden Fall lang, oder? Ja. 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 Hätte ich auch eins. Aber... Das ist ja lege im Spiel. Ich hätte begreifen dir hoch wie ein Hose oder was? Bist du Hose? Oh, das... Das ist oder vom Endekind oder vom... Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Wer hat's wo? Diese Jedi. Nicht ne Tragödie. Äh, ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles verrät, hm? Ja, mag sein. Solltest wohl unser Glückstag. Äh, kann ich mir mal hören. Wir haben jede Menge Wuppesmaterial. Ja. Wir flachten Schiff aus dem Krieg aus, in der Maschinen auswählen können. Ja, und sie werden nicht knistgelbe Guckkungen, wie das Maueruhr, äh, äh, 3. Können sie mal hören. Das ist für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Kannst du dein Ticket hier raus aus diesem Dreckslauf sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Die Plattform raus, das war das. Die Plattform raus, das war das. Die sitzen dunseln, rutschen aber raus. Au, den Wind erst einmal. Ich kann das liegen gut hin. Ich kann das liegen gut hin. Ich kann das liegen gut hin. Alles okay? Lass mir irgendwo drücken. Ich komme nicht raus. Durchhalten. Ich rutsche ab. Nein, lass dich los. Ich kann nicht mehr. Nein. Der���ere combustlebte. Alle gl verk我觉得 rash. Alles okay Prof? Der vemosως richtig. Ich bin noch viel乱�. lite nir. Kein Pilot. Ich bin schon fast. Du musst weg vron. Angela. Vorsicht,�oro. Antwache. Das Ding kann kaum fliegen. Das haben wir jetzt gemacht und alle, warum? Schaut rein, aber kommt nicht gut. Du weißt, dass wir am Schluss gehen und aufhören können. Und wir die... Das werden wir nicht schaffen. Ja, wir werden über mich auch, aber... Prof, geht's dir gut? Okay, das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja? Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Ich weiß, ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Was ist denn mit dem Hitz? Zu! Jetzt muss ich das Handy ausschütten. Alles okay bei dir? Ja. So geil. Weil der Sitter nicht mehr ausreicht. Für den Übertragungsteppen. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich hab aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also... Ich weiß, was du... Was gibt es? Und wir... ... Das ist... Ich hab das nicht dem Blüten stehen. Ich hab das nicht gemütliche. Die Floschen brauchen einen Nachflug. Aber so wisst ihr, darfst du das tun? Alles, was ich das tun... ... und morgen ist es okay. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus bei der Ruhle. Teppas schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf den Arschhördorf? Ja. Du hast mich eine Weile nicht sehen, Waff. Ja. Ja, okay. Okay, gell. Danke, Schluffer. Frau? wir müssen hebeln du hast du ja denkst du selber diesbohren ist du Also, das ist der Torgestern... Jetzt ist der Torgestern auch so scheiße wie... Die Lea sind 4 und 3, aber komplett durch. Aber jetzt ist der Torgestern auch so scheiße. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der... Leid'n Anpfiff. Ja, was geht hier vor? Adels, auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur über eine Spuckelkontrolle oder so. Oh nein, wie sie tun! Die Grafik ist so gut! Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein. Wird der Verräter nicht überstellt? Folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst! Sonst werden... ...alle hier... ...gemeinsam... ...hingerichtet. Ich denke... ...jemand sollte mal vortreten. Ich, äh... ...ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die Besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure... ...zu Schrottsammlern. Die Arbeiter... ...wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Ich hör's vom Älster an, wie zu schlecht. Servus, Elias. Er... ...seid ihr? Nein! Nein! Sieh an... ...ein Lichtschwert. Eure, na, wenn wir jetzt gegen die Kämpfe müssen und drei aber komplett durch, oder? Ich hab' den Heli! Ich hab' den Heli! Ich hab' den Heli! Au! Oh, jetzt kommt nun der erste Fighting-Szene. Überprüfe die Störung! Das tut weh! Keine Bewegung! Sie kommt... ...was machst du hier? Sieh an! Sieh an! Sieh an! Was ist denn über den Funke? Ein Jäte! Der Wester! Der kommt mit der Verräter! Feuer! Sorry, wie du das Reste trottst... ähm... ...schreib's? Kontakt bestätigt! Erschießt ihn! Erschießt ihn! Erschießt ihn! Erschießt ihn! Nur du und ich! Ich werde deine Verteidigung durchbrechen! Ich werde deine Verteidigung durchbrechen! Hey! Hey! Ich weiß nicht, ob er war kein Fadenkreuz! Ich weiß nicht, ob er war kein Fadenkreuz! Ich weiß nicht, ob er war kein Fadenkreuz! Was weiß nicht, ob er war kein Fadenkreuz! juli ist ich kann nicht jeden Kommentar lesen oder was ich da gerade alles nicht schreibe unmöglich alles zu lesen muss jetzt nicht wirklich naja boah dann kann ich dann kann mein Handy nicht aufhören vor allem seit wann schreibt man dir mit IE ich bin in eine Art Reaktion die Reparatur das geht Was ist das? Deinen Fehler machen! Oh, du blickst doch. Äh, was ist das jetzt, was ist denn da? Das ist ja 3. Komm, der Mikro war mir hier auf jeden Fall nicht lauter reden. Nur einen Ausweg! Jetzt sei irgendwas nicht gerade... Wann mal hin. Klettern. Steht da auch wieder nicht dabei, gell? L2 was. Nee, ganz sicher nicht. Äh, alles möglich hier. Ich hab mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Zeit nähert sich. Oh, du scheiße. Oh, du scheiße. Wie ist das so richtig? Ja. Auf den Ort. Ich bin auch sicher. Ich bin sauernd... Einen. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Aber hättest du das gemacht? Ich kann noch mal sagen, was ich jetzt spiele. Also, Leia ist so viel. Eigentlich spiele ich Fortnite-Zugriffe gar nicht mehr. 5. Night's The Freddy's, Minecraft House Flipper und Lego Star Wars aktuell. Und dann wird jetzt eben gesagt, Star Wars The Shadow Fallen oder was weiß ich. Du bist zu schnell. Stimm da wieder. Ich lebe. Jetzt wird's. So, dann können wir mal Mikrofonpegel. Ja doch. Oh, ey, das muss doch auch nur sehen. So muss passen. So passt's. Für die Jagd. Scheiß, also gut. Ich bin geliefert. Jetzt kann ich glänzen. Ja, ja. Oh, nein. Eine Frage, wie viele kämen eigentlich nur von den ganzen... ...Voldetten. Wo sind die Hälfte? 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 Wir machen mit so einer Frau im Solo oder was? Ich werde eine Lücke finden! Ach guck, die Kiste hier! Meister! Wenn der Flüchtlinge hier entlang kommt, bin ich bereit! Die haben in den Wind kühlt! Ich komme nie durch seine Verteidigung! Nein, ich muss nicht mehr! Ziel! Feuer! Lasst euch nicht von ihm erwischen! Schieße auf das Ziel! Vorrücken! Ich kann dich ausschalten! Kein Problem! Ich werde nicht verlieren! Nimm das! Ich bin der Verstelbein! Ich bin der Verstelbein! Ich bin der Verstelbein! Bist du wahnsinnig einfach? Du kannst mir doch kein Fuffi spenden, Alter. Ne, ich lass aber doch auch die Spenden aus. Ich hab schon mal 400 Euro einfach nur so auf Spende bekommen. Was hat denn für Probleme, Mann? Bereits! Ich werde trotzdem Donations nicht rummachen, Alter. Oh nein, das ist zu viel Geld. Lassen wirst du bezahlen. Letzten Nachkampf gekauft. Also wenn das hier letzten Nachkampf war, dann... Ich kriege jetzt einen Kratzen, ich weiß. Ja, greif jetzt so zu tun, weil sonst haben wir nicht mehr lange. Weil sonst haben wir uns nicht mehr lange. Entschuldigung. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jetzt! Jetzt! Moos, Moos, Moos! Kommt mit dir jetzt! Okay, wieder Pause noch dann. Oh nein! Ach, du, bist du da. Wer ist hier? Ich bin bereit für den Fall. Lade, guck doch. Ich bin froh, dass ich ihn nicht verstehe. Nein, Alter. Ich mach dir den Elfen zu Haus. Äh, nicht an. Jetzt mal. Jo, bei mir. Nichts gut. Gut, da kommt der Slap Zero raus. Wer seid ihr? Später. Immer weiter. Wir holen dich sobald es geht. Oh, das ist ein Schub von der Inquisitor. Wenn ich von der Inquisitor stecke mich. Wo ist das? Ich wohne irgendwo unten weiter. Ja doch, ich wohne irgendwo unten weiter. Ja. Ja. Dazu können wir jetzt auch nicht rechnen. Ich bin da eh gleich wieder irgendwo unten. Ui. Ich bin da so ein Hassig jump'n'rung Scheiße. Ich bin da so ein Hassig jump'n'rung Scheiße. Ich bin da so eine verdammte jump'n'rung Scheiße. Achtung, schleicht's euch! Oh, doch, das wäre ich! Servus! Drückter Klatsche! Du kriegst von mir aus dem Maul! Du lästige Scheißhäiselmütten! Piss dich! Ja, aber warum hält der zu? Weil omeck den Physiker immer wieder zum Ballet... Ja, ne, aufs... MMMM MAUL! Ach so, ja, hält jetzt nicht gemein! Ach so, ja, hält jetzt nicht gemein! Dass das nicht gut ist, oh... Ich weiß nicht, dass das komplett vollen... Was ist doch gut? Ich habe die Diener, die Diener. Die Diener, die Diener, die Diener... Ja, ich weiß nicht, dass das Diener ist. Ich habe die Diener, die Diener! Ich habe die Diener, die Diener, die Diener und die Diener... Ich habe es nicht. Ich habe die Diener, die Diener, die Diener oder Diener, die Diener... gleiches Schiff Ok, wie sie drohen Wohin des Weges? Äh, im Wirtshaus Im Wirtshaus war mal am liebsten Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung Wer war dein Meister, Padawan? Hab dich in vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich dein Leben, sodass du am Leben bleibst? Oh, scheiße, Mann! Du hast Angst, was? Ja, wo ist... Das macht auch nicht mehr Zeit mit dem Drücke, Mann! Du bist so... Alter, geil! Meine Gesundheit hat Grenzen! Ja, meine ja! Dein Untergang ist näher! Komm schon, bringen wir's zu Ende! Oh, ich hab' einen Fiesig gestellt, Mann! Da will ich mich mal ganz nervig sein! Was bist du här? Wieso köpfernd, obwohl ich sie nur hast? Warum? Die stirbt nicht. Was die bloß einmal gesagt haben. Die stirbt nicht. Ich kann so viel sagen, ähm... ...darf weiter. Also die... Also die Inquisitorin stirbt dann, darf weiter. Aber die uns jetzt helfen wollen, stirbt nicht am Tag, weil der... Sondern... ...hat unser Tier aufgeraetzt. Äh, das war die andere wieder. Ähm... Die wird irgendwie dis-safed oder sowas. Keine Ahnung, oder? Mein Hirn so. Im Chat. Ich weiß nicht, das wird mir mal in den Kommentaren gesagt. Oder wir sind drei Leute, wo es sind. Doch habe ich bei Hirn aufblatt gesehen. Ähm... Wenn du das ganze Spiel schon mal angeschaut hast, die... Komm mal schön mit den kurzen Haaren. Ähm... Also... Die Frau, die uns helfen wollen, wird zuerst vom Darth Vader abgeschubst. Ja? Mit der Macht. Praktisch einmal so, Servus hab ich dir. Führt euch gut. Ähm... Auf jeden Fall ist sie, ähm... Hat's überlebt. So viel kann ich sagen. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ähm... Wahrscheinlich durch die Macht hat sie sich gerettet. Das sind... Secrets, die niemand weiß... Weißt... Die Entwickler vom Spei... Wo ich keine Ahnung gehabt, wer das war, ne? Nicht geliebt hat. Ich weiß nicht, wer das Spiel gemacht hat, aber ich weiß... Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitor. Äh, nein! Ich hab gemeint, die war war die Jedi's. Und greift mich an. Wenn sie jetzt weiß, wer du bist, wirst sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie das? Wer denn das noch lebt? Was wird denn das dann sein? Die letzte Ordnung oder was? Das ist das Ende von Star Wars. Natürlich ist das aus dem Imperium. Das ist klar. Da wissen sie was. Nachher? Ja, moin. Er hat gesagt auch gerade... Wie gibt's denn das Verzweck für einen Jedi? Was nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemanden mehr trafst. Ach, apropos auch Fehler. Warte mal. Und nur deshalb lebst du ihn noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich. Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Bist du zweit? Ja. Wird zwar keine Luft. Nur deshalb war es jemand. Sind wir nicht gut genug? Für dich? Der Rad der Jedi ist verloren. Ist verloren. Wird das auch schon gut? Wird das auch schon gut? So. Äh, wie spät jetzt? Ist das jetzt? Ist das? Nehmen Sie Kurs auf Programme. Willst du mich komplett vorausschneiden? Da wird mir nichts tun. Da werden wir ja... ...dämpft, Mann. Das ist ein Schallschutzhelm, Mann. Das ist einfach... Gott, auf jeden Fall. Es ist ein Schallschutzhelm. Ich kann etwas zum Dringen brauchen, Mann. Dosenbier wäre vielleicht nicht schlecht. Mein Leben... Also, ich komme aber... ... als Bierflaschen in den Tent nehmen... ...weil... ...i... ...kirbier nicht darum. Lava-Volkan... ...die Mantis. Das krieg ich für den Scheiß einer Erfolge. Krieg ich, Mann. Bitte. Machen wir einen Speedrun, oder was? Wenn ich mein Laserschwert bitte einfach kaputt machen... ...dobere doppelt es. ... 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